Wie fandest du das heutige Seminar? Also ich fand das Seminar sehr spannend, denn ich habe viele Sachen gesehen, an die ich lange schon nicht mehr gedacht habe und viele Sachen sind mir auch aufgefallen, die wir jetzt im Unternehmen noch nicht gemacht haben. Wir sind halt, also Daily Deal, wir sind halt ein Unternehmen, was halt sehr schnell gewachsen ist in den letzten Monaten und da hatten wir auch nicht die Zeit, auch vielleicht an Sachen zu denken, die wirklich für unser eigenes Marketing vielleicht die Basis sind und ich denke, wir werden daraus viele neue Sachen für unsere Firma haben. Ich fand das heutige Seminar sehr gut, weil das Thema Gerea in der Form sehr interessant ist, weil man Dinge gegen gewisse Normen durchführt, um damit den maximalen Erfolg zu erzielen. Ich fand das Seminar super heute, wir haben sehr viele Eindrücke bekommen, neue Ansätze, wie kann man darüber diskutieren über Gerea Marketing, wo muss man seine Kunden suchen. Ich kann es nur empfehlen, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das Seminar ganz toll, weil die Teilnehmer aus so vielen verschiedenen Branchen kamen und sich gegenseitig tolle Ideen zu spielen konnten, was man damit machen kann und weil die sehr engagiert dabei waren, für sich zu überlegen, wie sie das umsetzen können. Also hat viel Spaß gemacht.